Hallo, hier nochmal euer Ramses und weil heute Nikolaus ist, wollte ich nochmal kurz Hallo sagen, nochmal allen einen schönen Nikolaus wünschen. Ich hoffe, ihr hattet reichlich gefüllte Schuhe und ich wollte mal zeigen, was ich heute bekommen habe. Da hat mir meine Freundin nämlich frühstwas ins Bett gelegt, einmal ein Gedicht, das möchte ich mal vortragen. Ach du lieber Nikolaus, komm ganz schnell in unser Haus, hab so viel an dich gedacht, hast du doch was mitgebracht? Ich wünsche dir einen ganz tollen Nikolaustag. Versuch den Tag mit Menschen zu verbringen, die dir wirklich gut tun. Leg dich auf die Couch, genieß die Ruhe und lass es dir schmecken. Liebe Grüße, dein Nikolaus. Ich wusste zwar nicht, dass ich mit dem Nikolaus zusammen bin, aber okay, wenn der das sagt, dann muss das so sein. Dann gab es natürlich eine Tüte Fred Fergel und Fred Fergel ist einfach der geilste Scheiß auf Erden, den es gibt. Müsst ihr euch gönnen, wenn ihr die nicht kennt, probiert die mal. Dann von Stork eine Tüte Schokotoffis und die sind auch richtig geil. Sie sagte mal, die sollst du lutschen. Ich nehme die immer und ich esse sie immer auf und beiß da einfach rein. Aber dann habe ich die mal gelutscht und gemerkt, wie toll die doch sind, wenn ihr das Schokoladige außen habt. Und das nimmt immer mehr ab und plötzlich habt ihr noch diesen Karamellstick in der Mitte übrig. Und dann, ganz besonders, gab es noch diesen Sack mit einem Rentier drauf. Ist der nicht süß? Guckt euch die rote Nase an. Und was in diesem Sack ist, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Oh mein Gott, schon alles fällt runter. Hui, ganz klassisch natürlich, diese Weihnachts-Lollis. Schokolade am Stiel, wer kennt das nicht? Richtig genial, feiere ich die Teile. Gibt es auch immer zu Ostern. Drei Stück gleich, wunderbar. Diese kleinen Weihnachtskügelchen. Gab es ja damals auch immer in so Netzen. Finde ich auch richtig genial für zwischendurch. Genauso wie diese Weihnachtsmänner. Ich muss sagen, ich mag eigentlich keine Hohlkörper. Die sind mir einfach viel zu suspekt. Aber diese dünnen, hier ihr seht es, die sind voll dünn. Und die schmecken einfach richtig gut. Und für zwischendurch kann man die auch einfach mal so wegessen. Dann natürlich der Klassiker Kinderriegel. Es gibt ja leider noch keine Ramsesriegel. Aber Kinderriegel, hey, für dich. Hier steht nämlich sogar was drauf. Einfach so. Und für dich. Wuh, mit super Motiven. Dann eine Milka-Schokolade. Ein Päckchen. Wow, ein Päckchen Fußboden. Ein Päckchen Snickers noch dabei. Habt ihr auch was Schönes zum Nikolaus bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Nein, macht es nicht. Ist eigentlich total egal. Ich freue mich auf jeden Fall. Nikolaus, wieder mal ein schöner Tag. Wie so oft natürlich. Nein, aber Weihnachten steht vor der Tür. Man sieht, langsam geht es in die richtige Richtung. Und ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Nikolaus. Feiert schön. Nascht eure Beute leer. Esst eure Schuhe auf. Wie auch immer. Grüße nochmal raus an den dicken Iswo. Grüße auch nochmal an den Kalle, der immer so fleißig meine Videos schaut. Jo, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen sicherlich wieder. Beim nächsten Pokémon oder anderen Zeugs. Ich habe nämlich noch viele Sachen. Ich wollte auch mal die auf die dicken Tour anfangen zu schneiden, als ich damals beim Iswo war. Der Tag in Chap, der muss auch noch geschnitten werden. Und wenn nicht immer bei Pokémon so viel passieren würde, könnte ich auch reichlich anderen Content mal hochladen. Aber bei Pokémon, da geht es ja immer zu. Da gibt es ja keine Pause. Aber das war es von mir. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Euer Ramses.